Wow, people everywhere. Überall Menschen. Guten Morgen. Guten Morgen. Und Guten Morgen. Life Plus. Wisst ihr, das ist so ein wundervolles Gefühl für mich, diesen Tag mit meinen wirklich hochgeschätzten Partnern und Freunden aus aller Welt verbringen zu können. Meine alten Freunde, meine neuen Freunde und meine äußerst außergewöhnliche Familie. Wisst ihr, ich stehe jetzt auf dieser Bühne fast 24 Jahre. Und während ich meine Rede für euch heute hier vorbereitet habe, habe ich mal drüber nachgelacht, wie das überhaupt entstanden ist, Spirit of Life Plus. Und ich habe mich erinnert, wo dieser Name eigentlich herkommt. Wisst ihr, Life Plus ist so ungewöhnlich, dass wir es anfangs einfach echt schwierig fanden, wie wir unsere Treffen nennen sollten. Nennen wir sie nun Sitzungen, Seminare, Conventions oder was? Wie lässt sich der Zweck einer solchen Zusammenkunft wie hier und heute beschreiben? Dann hatten einige unserer frühen Partner und Führungskräfte die Idee, das den Spirit zu nennen. Das ist der Spirit of Life Plus. Denn das ist es ja, was wir eigentlich hier tun. Wir feiern diese Geisteshaltung, den Spirit, um den es bei Life Plus ja eigentlich geht. Wir schätzen diese Energie und wir schätzen uns auch gegenseitig. Und wir schätzen natürlich auch die Gelegenheit, diese Chance, die wir zusammen für alle geschaffen haben und auch die Bereitschaft, da mitzumachen. Natürlich ging das nur, indem wir uns auf das konzentriert haben, was wir wirklich wollen. Das ist, was uns hier alle heute zusammengeführt hat, in dieser fantastischen Location an so einem schönen Teil der Welt. Wir verfügen über eine unfassbare Energie, die man nicht leicht erklären kann, aber wir können sie alle spüren. Ich kann das mit Sicherheit. Insbesondere, wenn wir uns hier so zusammenfinden. Und die geht von euch aus, vom Teilen der Ideen und dadurch, dass man Menschen hilft, sich zu entwickeln. Und indem man lebendige Gemeinschaften Gleichgesinnt erschafft, wie hier. Wir alle haben unseren Teil zu unserem Erfolg und unserer Bereitschaft, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen, geleistet. Durch Jahre harte, aber trotzdem freudvolle Arbeit. Aber ich kann das eigentlich gar nicht als Arbeit bezeichnen, weil es mir so viel bedeutet hat. Und eigentlich auch uns allen. Uns eint unser Engagement, unsere Begeisterung und unsere Leidenschaft, Wissen mit anderen Menschen zu teilen. Egal, wo sie herkommen oder wo sie leben. Es macht mich stolz, dass LifePlus sich so positiv ausgewirkt hat auf das Leben so vieler Menschen in aller Welt. Und wie viele von euch wissen, habe ich, wie viele meiner LifePlus-Mitgründe, immer den starken Wunsch verspürt, Menschen zu helfen. Ich war gerade mit dem Apothekerstudium fertig, vor vielen Jahren. Da habe ich sehr schnell erfahren, dass viele meiner Kunden für mich viel zu viele verschreibungspflichtige Arzneimittel nahmen. Und meines Erachtens ging es vielen meiner Kunden, meiner Patienten gar nicht wirklich besser. Irgendwas sagte mir, ich musste einfach einen besseren Weg finden. Es musste eine Möglichkeit finden. Ich habe mich deshalb nach einem anderen, natürlicheren Ansatz umgeschaut. Einen Ansatz, der unseren gesunden Körper unterstützt, anstatt nur die Symptome zu behandeln. Ich begann damals zu begreifen, dass es eine völlig andere Art gibt, über Gesundheit nachzudenken. Nämlich eine ganzheitlichere Art, darüber nachzudenken. Und weil ich wusste, dass es unsere Entscheidungen über das, was wir essen, zu uns nehmen, aber auch in unserer Einstellung sind, die das größere Wohlbefinden mit sich bringen. Und in mir wuchs ein ganz, ganz tiefes Verständnis dafür, und man kann das, würde ich denken, einen solchen Horeca-Moment nennen. Wie können wir überhaupt gesund sein, wenn wir unsere Körper nicht mit den Nährstoffen versorgen, die sie brauchen, um richtig zu funktionieren? Frage. Diese Erkenntnis begeisterte mich wirklich. Obwohl ich damals noch gar nicht wusste, dass das der Funken der Inspiration war für das, was später, viele Jahre später, einmal Live Plus werden würde. Ich wollte einfach in der Lage sein, Menschen die bestmöglichen Produkte und die neuesten Informationen zur Verfügung zu stellen. Und das meiste davon war ja neu. Also suchte ich und fand auch und arbeitete mit Forschern und Ärzten, die genauso dachten wie ich. Es gab nicht viele davon, sie waren schwer zu finden damals, weil dieser Gedankenansatz damals völlig neu war. Also musste ich das Konzept nehmen, es vorantreiben und weiterentwickeln. Bei meinem Unterfangen hatte ich das Glück, einen jungen Arzt zu treffen, Dwight McKee. Das war der Beginn einer 40-jährigen beruflichen, aber auch freundschaftlichen Beziehung, die sich eben über die Jahre immer weiter vertieft hat. Damals war er wirklich einer der ganz wenigen Ärzte, die an vorderster Front standen im neu entwickelten Feld der Ernährungswissenschaft. Und ich denke oft an die wunderbaren Dinge, die sich daraus ergeben haben, ganz einfach, weil sich unsere Wege kreuzten. Nicht nur für uns beide, sondern auch für tausende anderer Menschen. Es ist toll, einen Traum zu haben, an Dinge zu tun, an die man wirklich glaubt, aber wenn man jemand anderen hat, der diese Leidenschaft teilt, dann wird die eigene Energie vervielfacht und vergrößert. Es ist schon erstaunlich, wie viel mehr wir alle erreichen können, wenn wir unsere Kräfte bündeln und zusammenarbeiten. Ich arbeitete weiter mit Dr. McKee und er stellte mich dann Bill Evans vor, der später ein guter Freund und vor allen Dingen wichtiger Geschäftspartner wurde. Über die nächsten paar Jahre stießen Tim Nolan und Robert Christian zum Team dazu. Sie steuerten wichtige Fähigkeiten bei, die so notwendig waren, besonders in den Bereichen Technik, Logistik und Management. Ich wusste, wir wussten, dass die Kombination unserer individuellen Fähigkeiten kombiniert mit den Bemühungen so wunderbarer Menschen, wie ihr es seid, es möglich machen würde, uns allen etwas Einzigartiges zu erreichen. Nun, da wir die Grundlage dieses Unternehmens gelegt hatten, machten wir uns an die Verwirklichung unserer Vision. Unser gemeinsamer Fokus, Ehrgeiz und die Leidenschaft, Menschen zu helfen, sind das Band, das uns über all die Jahre stark zusammengehalten hat. Es war wirklich großartig, mit so tollen Partnern und so fantastischen Mitarbeitern über die Jahre gesegnet zu sein. Es war für uns alle eine echte Freundin erleben zu dürfen, wie viele Menschen besser durch LivePlus leben konnten. Aber die wahre Freude daran ist es zu wissen, dass wir das zusammen mit euch erreicht haben und dass wir alle diesen gemeinsamen Willen teilen, LivePlus zu einer besonderen Kraft für positive Energie und mehr Möglichkeiten in der Welt zu machen. Und wir könnten in diesen turbulenten, chaotischen Zeiten alle ein bisschen positive Energie brauchen. In diesen Zeiten, in denen wir scheinbar von einer endlosen Flut von negativen Einflüssen überschwemmt werden. Es braucht schon eine bewusste Anstrengung, solche Negativität nicht an sich herankommen zu lassen. Und es braucht auch Willenskraft, um sich auf positive Dinge zu konzentrieren. Um dem Druck in dieser schnelllebigen, modernen Gesellschaft zu widerstehen, brauchen wir den Willen und das Engagement, uns darauf zu konzentrieren, was wir wollen. Diese Möglichkeit, Teil einer Kraft zu sein, die wirklich weltweit eine Zeitenwende herbeiführt, ist unsere Inspiration. Jetzt ist die Zeit für LivePlus gekommen, sich wirklich zu fokussieren und Vertrauen darauf zu haben, was wir tun und auch zielgerichtet zu handeln. Wenn wir uns auf unsere Absichten gemeinsam konzentrieren, können wir großartige Dinge erreichen. Und ich möchte das vielleicht etwas anders erläutern. Unsere Absichten sind ja eigentlich nichts anderes, als dass wir uns darüber klar werden, was wir wirklich wollen. Wenn man sich wirklich auf die eigenen Absichten konzentriert, dann fängt man an, den Traum jetzt zu leben. Und wenn man dann noch ganz besondere Wünsche in diese Absichten hineinbettet, dann ist das viel wahrscheinlicher, dass das auch passieren wird. Um das nochmal anders zu formulieren, spürt eure Absichten, spürt euren Wünschen nach. Und fokussiert euch nicht auf eure Gefühle der Vergangenheit. Konzentriert euch auf eure Emotionen im Hier und Jetzt, sodass sie euch zu euren Wünschen führen können, jetzt und in der Zukunft. Unsere Verbindungen miteinander und der Welt im Allgemeinen werden durch unsere Gefühle, Gedanken und durch Liebe wachsen. Ich glaube, es gibt nichts Lohnenderes im Leben, als für jemand anderen etwas Gutes zu tun. Wenn wir das tun, dann verbreiten wir nicht nur Gutes in der Welt. Nein, wir investieren auch in unser eigenes Wohlbefinden. Meine Frau Judy und ich haben eine Serie geguckt auf Netflix und die heißt The Kindness Diaries, um die Welt ohne Geld. Die handelt von einem Mann, der wirklich ganz oben von Alaska bis an die Südspitze von Südamerika reist. Und zwar in einem 20 Jahre alten Volkswagen Bus ohne Geld und ohne Lebensmittel. Und sich nur auf die Güte der Menschen verlässt. Als ich das angeschaut habe, da konnte ich gar nicht anders und habe sofort an Live Plus gedacht. Wo es einfach erstaunlich ist, zu erleben, wie viele Menschen anderen Menschen gegenüber gütig sind. Und obwohl unsere Live Plus Gemeinschaft gewachsen ist, haben wir nie unser Ziel aus dem Blick verloren, Gutes für Menschen zu tun und ihnen die Chance zu geben, das Gleiche auch für andere zu tun. Eine der wichtigsten Lektionen, die ich im Leben gelernt habe, ist, dass der Wert, das ist der Wert unserer Konzentration, des Fokuses und unserer Anziehungskraft. Denn wir ziehen ständig Dinge, Situationen und Menschen in unser Leben hinein durch unseren Fokus, ob wir das wollen oder nicht. Einige Dinge passieren in dieser Welt, die wir nicht kontrollieren können. Aber über unseren Fokus, über das, was wir uns konzentrieren, wo wir uns darauf konzentrieren, haben wir die völlige Kontrolle. Das kann uns keiner wegnehmen. Und das ist genau das, was ich immer und wieder über die Jahre gesagt habe. Und ich sage es auch heute noch mal. Und ihr wisst genau, konzentriert euch auf das, was ihr wollt, nicht auf das, was ihr nicht wollt. Vielen Dank. Wir haben alle schon gehört, dass unser Unterbewusstsein ein so wichtiger Bestandteil unseres Körper ist, aber tief in uns vergraben. Manchmal beeinflusst dieses Unterbewusstsein unsere Gefühle, Emotionen und Gedanken, ohne dass wir es mitbekommen. Man glaubt, dass unser Unterbewusstsein verantwortlich ist für bis zu 95 Prozent unseres Handelns. Also, sich fokussieren auf das, was wir wollen, heißt in sich hereinhorchen und sich erinnern, dass unser Unterbewusstsein schließlich programmiert worden ist von Geburt ab. Und dann nutzen wir unseren bewussten Fokus, um diese alten Gedanken und Gefühle zu überschreiben, zu löschen, die da vielleicht noch in uns schlummern und uns bremsen. Denkt mal darüber nach. Was ihr jetzt wollt, ist vielleicht was ganz anderes, als was euer Unterbewusstsein programmiert hat. Und zwar aufgrund eurer alten Erfahrungen. Und deshalb ist auch unser Fokus auf und in die Gegenwart so wichtig ist. Wichtig ist, nie zu vergessen, welchen Unterschied fokussieren und beobachten bedeutet. Ja, wir sind natürlich den Medien ausgesetzt, jeder Menge Fake News und Dingen, die nicht so angenehm sind. Und man muss sie wahrnehmen, aber man sollte sie nur beobachten. Das ist ein großer Unterschied. Denn wenn man als Außenstehender etwas beobachtet, dann beobachtet man es nur von draußen. Das ist alles. Aber wenn man sich darauf fokussiert, dann wird man eins mit der Energie von dem, auf was man sich fokussiert. Sei es nun negativ oder positiv. Achtet also immer darauf, ob ihr beobachtet oder ob ihr euch auf etwas fokussiert. Achtet auf die Worte, die ihr sprecht. Diese Worte sind mächtige, mächtige Werkzeuge der Schöpfung. Und bitte seid großzügig mit eurem Wissen, teilt es mit anderen. Und ganz, ganz wichtig, glaubt immer daran, dass ihr wirklich etwas bewegen könnt in eurem eigenen Leben, aber auch im Leben anderer. Glaubt daran, dass ihr einen Unterschied machen werdet. Es erfüllt mich mit Freude und Demut, so viele von euch zu sehen, die das schon tun. Ihr seid für uns alle eine Inspiration. Für die von euch, die ein Geschäft mit LivePlus aufbilden, setzt eure Ziele mit Güte gegenüber den Mitmenschen. Wenn ihr das tut, ich verspreche es euch, werdet ihr erfolgreich sein. Ich glaube, dass unsere größte Leistung darin besteht, Menschen dabei zu helfen, zusammenzufinden, die wirklich im Leben anderer einen Unterschied bewirken wollen. Und es macht mich sehr glücklich zu wissen, dass meine Partner und ich dabei mitgewirkt haben. Und ich möchte auch all den Teammitgliedern in unseren Geschäftsstellen, in den Lagerstellen, in den Werken, in den USA, im Vereinigten Königreich, in Neuseeland, für ihre Motivation danken und dafür, dass sie wirklich mit Herz und Seele bei LivePlus dabei sind. Euer Engagement für das, wofür LivePlus steht, erfüllt mich mit Freude. Und ich kann euch gar nicht genug dafür danken, dass ihr immer weiter Menschen in aller Welt inspiriert. Also, wir müssen nie vergessen und uns stets daran erinnern, dass wir den Weg, auf dem wir sind, auch schätzen lernen. Denn irgendwo ist der Weg auch das Ziel. Den Weg, den leben wir. Ich danke euch allen dafür, dass ihr den Spirit jeden Tag weitertragt und damit LivePlus zu einer permanenten Quelle der Freude für euch, aber auch für mich macht. Ich wünsche euch wirklich alles, alles Gute bei allem, was ihr in den nächsten Jahren noch vorhabt. Ich weiß, ihr werdet LivePlus mit Liebe in die Zukunft tragen und ich glaube fest an unsere zukünftigen Generationen und dass sie von dem inspiriert werden, was wir zusammen geleistet haben. Also, egal was ihr tut, seid bitte güntig, teilt eure Liebe und habt auch viel Spaß dabei. Ich weiß, ihr werdet das und ich kann euch versprechen, wir werden es auch. Ich danke euch nochmal für diesen wunderbaren Tag. các Dank.